... zu brüten. Mama! Manche Jungen schienen ohne Furcht geboren zu sein. Sogar das Ausbrüten konnte gefährlich sein. Eine Herde hatte nur ein einziges Baby. Ihre letzte Hoffnung für die Zukunft. Und sie nannten es Little Food. Hier bin ich. Habt keine Angst. Komm wieder raus. Von seiner Herde waren nur seine Mutter, seine Großmutter und sein Großvater übrig geblieben. Er erkannte sie am Aussehen, am Geruch und an ihrer Liebe. Er wusste, sie würden für immer zusammen sein. Also, sei vorsichtig, mein Little Food. Mein süßer Little Food.